Wir machen heute die krassesten Challenges in BIMENGY! Wow, Kaspar aus dem Weg! Los geht's! Oh mein Gott! Wir haben heute ein richtig krasses Downhill-Madness! Und? Das wirst du auf jeden Fall nach unten nicht schaffen! Oh nein, siehst du, was da vorne kommt? Mit unseren Autos? Was ist da vorne? Hier ist so ne Lücke! Oh, der Wasserfall da eben! Alter, wie stehst du? Oh mein Gott, ich bin voll schnell! Ich bin 200! Oh nein! Oh nein! Ich crash! Ich bin auch kurz gecrashed! Nein! Alter, ich seh dich! Hilfe! Warte, ich fahr noch! Nein! Ich flieg hier! Ich fahr noch! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Du bist voll nicht reingeflogen! Du bist voll nicht reingeflogen! Du bist voll nicht reingeflogen! Okay, komm! Du bist voll nicht reingeflogen! Okay, wo auch ein neues Fahrzeug? Neues Fahrzeug? Ich möchte nach ganz unten kommen! Und zwar vor dir am besten! Ich will auch nach ganz unten kommen! Ich nehme jetzt hier ein schönes Renn-Vehicle! Renn-Vehicle! Ich habe so einen blauen Käfer! Was hast du? Alter, ich habe hier so ein Opa-Mobil oder sowas! Okay! 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 Was hast du denn da für einen Käfer? Was ist das denn? Das blaue Monster! Digga, hör mal auf! Das blaue Monster, Alter! Das ist kein Mariekäfer! Ja! Das ist vielleicht so ein blaues kleines Kaugummi! Oh mein Gott! Komm jetzt her! Ich bin so viel höher als du! Wow! Das hat voll die komische Steuerung! Ja, Mann! Ey, was machst du?! Nein! Nein! Was machst du?! Au! Ich überschlag mich tausendmal! Mein Käfer! Au! Au! Ehrlich! Alter, ja, Mann! Ich auch! Aber ich glaube, ich kann noch weiterfahren! Ich glaube, ich kann noch weiter... Ich auch! Oh Gott! Oh Gott! Ey, du brennst! Du brennst! Okay! Ey, komm respawn! Wir machen mit den Autos nochmal! Kein Problem! Los geht's! Ohhhh! Komm her, Kollege! Ey, du musst ja ganz weit hin! Hau los ab! Hau los ab! Vorbeizieh, schnell! Reichts! Lass mich in Ruhe! Alter, du ziehst ja gar nicht vorbei! Ohhhh! Okay! Ich will nicht sagen... Alter, das hast du für eine komische Lenkung! Eine ganz kurze! Wie sieht aber dir? Sieht ja ganz komisch aus! Ohhhh! Alter! Alter! Ja, Mann! Oh Gott, noch weiter, noch weiter! Alter, ich bin gestern! Ich fahr 260 kmh! Ich auch! Ich fahr 220! Oh Gott! Oh Gott, diese Rampe! Ohhhh! Was? Ich hab's geschafft! Ohhhh! Ohhhh! Oh mein Gott, Digga! Ich bin gecrafted! Noch eine Rampe! Ohhhh! Und ich fahr hier noch weiter runter! So wie schnell ich bin! Wie schnell ich einfach bin! Ohhhh! Ohhhh! Ich fahr hier runter den Canyon! Ich fahr 230 kmh! Ohhhh! 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 Oh, ohhhh! So wie schnell ist das so! Oh! Ohhhh! 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 Nein, nein, so kurz vor der Wand. Zeit ist wieder hier für ein random Vehicle. Ja, mal gucken. Okay. Ich kriege jetzt wieder so ein Familienauto. Ja. Dann let's go, fahren wir mit deinem Ding hier. Sag mal, ich werde langsam. Schnell. Langsam. Aber meinst du ein bisschen wie ein Panzer, ne? Wie ein Panzer ist das? Hey, wie fährst du denn? Wo lädst du mich hin? Oh nein. Oh mein Gott, auch rein. Wie unkorrekt. Das merke ich mir, Alter. Das merke ich mir. Ich komme jetzt hier mit Geschwindigkeit angefahren. Oh nein. Mit Geschwindigkeit komme ich jetzt angefahren. Was bist du denn so schnell? Na, wie schnell bist du? 250, mein Motor. 260, 270, 280. Mein Motor überdreht, glaube ich, gleich. Oh mein Gott. Alter. 290. Ich bin viel zu schnell mit meinem Ding. Wow, yo, wie clean war das denn? Mein Motor ist kaputt. Oh nein. Oh nein. Mein Motor ist kaputt. Hey. Oh. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott, ich habe crashen. Oh nein. Und ich fahre weiter. Oh. Nein. Oh. Wow. Und du bist auch gecrasht. Oh nein. Ey, das ist ja unglaublich. Einfach unglaublich. Jetzt sind wir hier mit am Start mit neuen Fahrzeugen. Challenge Nummer 2. Haben wir jetzt hier. Oh, ich will nicht so schnell fahren, ne? Es geht darum, dass man jetzt die Federung der Autos testet, ne? Wer hält am längsten durch? Digga, P ist doch nicht so schnell. Natürlich. Oha. Oh, das ist gerade gar nicht gut. Oh, aua. Okay, okay, okay. Und jetzt geht auch noch hoch hier. Jetzt geht auch noch hoch. Alter, mir ist alles auf hier. Mein Kofferraum und so. Alter, bei mir auch schon alles verboilt hier. Das ist eine richtige Kühlschmuggel. Oh, nein. Hey. Oh Gott. Warte mal. Alter, bei mir ist... Oh. Oh nein. Oh nein. Hey, nein. Oh mein Gott. Was hast du gemacht? Nein. Ich bin von der Seite gefallen. Nein. Nein, ich bin dein Ernst, Bro. Weißt du, was ich mich frage? Oh, ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Oh mein Gott. Weißt du, was ich mich frage? Was, praktisch? Ob wir jetzt mal so ein richtig tiefer gelegtes Auto nehmen, wie zum Beispiel so ein Ferrari oder so, ob der da die Federung krasser sein wird, weißt du? Nein, ich glaube nicht. Ich mache jetzt ein Random Vehicle. Oh. Random Vehicle. Ich habe das Beste. Digga, ich habe so ein Müll. Was ist das? Das nehme ich nicht. Ja, das ist Müll. Das ist viel zu langsam. Du brauchst ein anderes. Das ist viel zu langsam. Okay, ich nehme mir so ein normales Auto. So ein Vorschau-Auto. Oh ja, okay. Sieht auch nicht schlecht aus, dass du da hast. Sieht auch nicht schlecht aus. Oh mein Gott. Ich bin mal bei dir gespannt bei der Federung jetzt. Oh mein Gott. Hier, Alter. Ganz entspannt hier. Guck mal hier. Alter, der wackelt ja richtig los, aber. Nichts los, Alter. Wie bauen sie? Oh Gott, warte mal. Wie gesagt, je schneller, wann ist das, desto besser ist das. Ja. Aber dein Ding da, das lacket ja nur noch hin und her. Sag mal. Oh mein Gott. Ich habe schon ein Ding verloren. Oh, also meine Fehler ist nicht. Ey, mein, mein. Ey. Ey. Alter, war das knapp, Junge. Oh mein Gott. Ey, mein Kühler ist schon vorne. Ey, was ist das denn jetzt? Oh mein Gott. Alter, ich habe es kaum. Mein Kühler vorne ist schon komplett kaputt. Alter, mein hat doch gar keinen Schaden so richtig. Echt nicht. Der ist immer noch so schnell oder was? Alter, ich habe auf jeden Fall eine krasse Federung. Oh nein, meine, der läuft schon heiß. Meine, der läuft schon ganz, ganz heiß. Kaum Boilen und so, ne? Ich habe kaum Boilen. Echt? Alter. Was ist da vorne? Oh. Oh. Ich kann nur 30 fahren, Digga. Das ist zu langsam. Ah. Das ist zu langsam. Und ich fange einfach 80 den Berg hoch, ne? Ich fange einfach 80 den Berg hoch. 80 den Berg hoch. Komm schon, das schaffst du noch. Das schaffst du noch. Jetzt auch meine Getriebestange kaputt. Der wird immer langsamer. Und der lenkt nur noch links. Zeig mal bei dir. Die Sprünge werden immer heftiger. Oh mein Gott. Wie weit kommst du denn? Die Sprünge werden immer höher und höher. Oh ja. Au. Oh nein, was war das? Oh Gott. Ich habe vorhin meinen Kühlergriff verlor. Oh Gott. Oh. Ey, bei mir gehen schon die Türen auf. Oh mein Gott. Und jetzt auch mein Reihenbelang. Kommst du denn? Aber kommst du bis zum Ende jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, hier. Oh ja. Oh mein Gott. Und? Alter, die Challenge hast du gewonnen. Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Ey, die, die scheint auf jeden Fall schon mal an Meek jetzt hier. Oh mein Gott. Ich hab echt Glück gehabt mit dem Fahrzeug, muss ich sagen. Okay, komm. Ab zur nächsten, würd ich sagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt hier vorne? Da ist eine Brücke. Und die soll kaputt sein? Was ist denn weg? Mal gucken. Ich glaub, die soll echt kaputt sein. Alter, was ist denn deiner so schnell? Oh Gott. Was ist denn deiner so schnell? Oh mein Gott, man ist echt schnell. Und deiner aber auch. Was ist deiner so schnell? Das schaffen wir ja mindig. Au. Was soll das denn? Wie tief fallen wir? Ich falle aber immer nicht in den Canyon rein. Oh nein. Ich schon. Ich auch. Nein. Okay, komm. Oh mein Gott. Komm, wir müssen uns über diese Brücke rüber schaffen. Oh mein Gott. Alter, wie ist das so schnell? Wie ist dein Auto so schnell? Ah. Ey. Geh weg jetzt. Ey. Ey, du hast doch was mit meinem Reifen gemacht. Oh, ich hab nicht mehr Lenken. Oh nein. Mein Reifen ist geplatzt. Oh nein. Mein Reifen ist geplatzt. Oh mein Gott. Au. Au. Digger, ich muss das nochmal nehmen. Das war unfair. Oh. Oh, in den Canyon. Oh mein Gott. Ich geh nicht in den Canyon rein. Oh, alles gut. Okay. Hau rein. Was gut. Alter. Nächstes kannst ich abziehen, oder was? Okay, warte mal. Alter, was ist dein Wagen so schnell? Dann zieh ich mal ganz kurz vorbei. Ah. Nicht mit mir. Hey, Mann. Digga. Nicht mit mir. Lass mich jetzt vorbei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich nehm jetzt hier ein Fahrzeug. Da würde ich nicht mithalten können. Sagst du, wie es ist. Sagst du, wie es ist. Mit dem Ding, was du jetzt hast, hast du keine Chance. Dann nehme ich mal. Alter. Das ist richtig heftig. So. Mein Fahrzeug. Oh. Okay. Ist du ready? Naja, er nimmt den Torres. Okay. Oh yes. Yeah. Oh mein Gott. Vertrau. Der kommt später. Der braucht bisschen. Nein, der ist viel schneller. Niemals. Der ist ja viel schneller. Dein Torres. Oh Gott, nein. Ich war kurz in der Luft. Dein Torres ist total schlecht. Das ist dein Torres. Oh mein Gott. Ich überhole dich. Oh nein. Oh nein. Nein. Ich rutsche auf den Dach weiter. Nein. Nein. Och verdammt. Verdammt. Ich bin auch an Autos kaputt. Ich einmal clean rüber. Wir müssen es halt überleben beim Überfahren. Ich habe eine Idee. Ich habe ein neues Fahrzeug am Start. Was richtig gut ist. Warte. Ein neues Fahrzeug am Start? Und ich glaube es. Dann nehme ich jetzt auch hier ein krasses neues Fahrzeug. Ich habe kein Problem mit. Mal gucken. So. Ich nehme jetzt mal hier. Pass auf. Das hört sich schon krass an. Okay. Zeig mal hier. Was kriegst du? Was nimmst du? Alter. Das sieht krass aus. Zeig mal da. Ich habe mal hier. Mein pinkes Mobil. Oh mein Gott. Okay. Bist du ready? Alter. Es ist mal zu langsam. Die sind zu hart geschneid. Das ist ja übel schnell. Alter. Ich muss auch, was es mit mutterlich kaputt geht. Alter. Das Ding ist komplett verrückt. Das Ding ist komplett. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Was? Oh Gott. Ich wurde automatisch zurückgesetzt. Was war das denn? Warst du so schnell oder was? Ich bin irgendwie genau so gekommen, als es zurückgesetzt wurde. Okay. Ich muss ein anderes nehmen. Mein Auto kann ich mehr fahren. Ich muss ein anderes nehmen. Ich kann vom Leben sein. Oh mein Gott. Ja. Ich fahre schon mal vor. Hau rein. Ja. Hau rein. War das richtig? Ich bin nicht gut. Ah. Ey. Ey. Nein. Nein. Ich glaube, meiner schafft es gar nicht. Der ist viel zu langsam. Ich krieg dich noch. Meiner ist viel zu langsam. Ich war ein neues Fahrzeug. Oh. 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 Ich nehme mal ganz kurz ein anderes Fahrzeug. Oh. Oh. Der ist so schlecht geflogen. Oh. Oh. So. Ich habe jetzt hier. Oh yeah. Jetzt habe ich einen Fahrzeug am Start. Chill. Warte noch. Warte noch. Digger. Er macht Ego-Bonus. Er fährt einfach alleine. Wuh. Okay. Sagst du das, du? Nein. Er macht Frontflip. Er macht Frontflip. Und ich bin in zwei geteilt. Weiter. 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 Dafür schaffe ich jetzt. Ich bin in zwei geteilt. Oh. Oh. Ich glaube nicht, dass du noch fahren kannst. Nein. Ich glaube auch. Oh. Oh nein, Alter. Ich glaube auch nicht. Nein. Ey, wir haben es einfach nicht geschafft, ey. Leute, was war die lustige Folge? Lasst unbedingt einen Like und ein Abo. Das ist unbedingt weiter. Wenn ihr euch in diesen beiden Videos bis zum Ende auskommt. Und guckt ein bisschen nach Ende wirklich an. Es lohnt sich. Wir sehen uns im nächsten Video. Wollt ihr mehr BVT-Brogs zu sehen? Dann, wie gesagt, lasst gerne ein Like machen. Aber dann, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.